Mein Name ist Roger Erler, ich hatte 22 Jahre Kontaktlinsen und habe mich jetzt entschieden meine Augen bei Eyelaser zu Lasern lassen. Ich habe mich nach langem hin und her zu diesem Schritt bewogen, weil ich am Anfang ein wenig Schiss hatte, dass mir irgendjemand Fremdes im Auge rumschneidet. Ich bin dann aber super beraten worden von dieser Firma. Sie haben zweimal die Augen kontrolliert, ob das auch machbar ist. Also ob die Horde nicht genug dick ist und ob es einfach von der ganzen Konstellation des Auge möglich ist. Das war zum Glück möglich. Und wir haben dann nach dem Lockdown, nach der Corona-Zeit, ziemlich schnell einen Termin vereinbaren. Und zu meinem Erstaunen ist der Eingriff pro Auge, ich sage jetzt mal vielleicht vier oder fünf Minuten gegangen, Maximum. Und ich konnte also nach dieser Laser-Geschichte mit der Sonnenbrille allein zum Autolaufen, wo ich nachher abgeholt worden bin. Nach dem Augenlasern habe ich am gleichen Abend ein Sonnenbrille bekommen, um zu schlafen, dass ich mir nicht ins Auge legen konnte. Das hat super funktioniert. Und interessanterweise habe ich etwa nach zwei Stunden nach einem Eingriff super scharf gesehen. Es hat nicht mehr grosse Brände im Auge, es hat nicht mehr getränet. Ich habe dann Augentropfen bekommen, die noch ein bisschen Antibiotika drin hatten. Und es ist von Tag zu Tag besser geworden. Das Einzige, was ich nicht mehr machen würde, das ist so lange warten mit dem Augenlasern. Weil es ist wirklich fantastisch. Ich sehe wie ein Doppel-Adler im Moment. Ich sehe gestochen scharf. Ich glaube, ich habe mich im ganzen Leben noch nie so gut gesehen wie jetzt. Und auch die Nachbetreuung ist sehr professionell. Also ich kann es nur jedem, der sich getraut, das über sich zergehen lassen, empfehlen. Und ich kann euch beruhigen, es tut also überhaupt nicht weh. Militär, man kommt zwei, drei Tröpfchen ins Auge, dann muss man in einen Punkt schauen und dann ist es irgendwie 20 Sekunden später schon fast erledigt. Man muss dann nochmal in ein Licht schauen, das dauert nochmal etwa 20 Sekunden und dann ist ein Auge schon fertig. Und dann geht das nächste dran und das war. Das war's. Also, die, die das gerne wollen, die gut und scharf sehen, unbedingt die Augenlaser lassen. Bei EILASER, ich bin sehr zufrieden und kann es jedem wärmstens weiterempfehlen. Danke vielmals.